Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet, momentan traden wir bei ungefähr 36.400 US-Dollar. Wir hatten gestern unseren kleinen Crash bzw. Dump in die Region von 36.000 bzw. kurzzeitig sogar in dem Bereich von 35.500 US-Dollar. Wie es jetzt weitergeht, das besprechen wir im heutigen Video. Ansonsten lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ich euch auf den Sack gehen soll, klickt auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Ansonsten, wie gesagt, momentan 36.400 US-Dollar. Der Crash gestern kam doch ein bisschen unerwartet, sage ich mal. Auch wenn ich weiterhin davor gewarnt habe, 36K sind noch nicht außen, komplett draußen einfach. Wir haben kein höheres Hoch geschafft. Wichtig wäre gewesen, die 40.900 US-Dollar zu überbieten, vielleicht dann nochmal einen Retest zu machen. Das wäre dann das Szenario gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, dann sehen wir die 36K nicht mehr. Jetzt ist es doch eingetreten bzw. sogar die 35.000 US-Dollar. Wir haben gestern nochmal im Livestream drüber geredet, dass hier unten eine Menge, Menge Konfluences in diesem Bereich, wo dann sich doch mehrere Demandzonen hier unten überschneiden. Man sieht es hier unten, da war nochmal eine kleine 4 Stunden Demandzone. Jetzt gehen wir nochmal in die kleineren Timeframes, vor allem in den 1-Stunden-Chart. Können wir auch nochmal sehen. Okay, wir hatten hier nochmal ein kleines Void. Das wurde jetzt gefüllt. Das heißt, dieser Pump da hinten wurde jetzt endgültig aufgefüllt. Wir hatten im Endeffekt unsere Kapitulation. Das gleiche Szenario, wie wir hier drüben hatten. Wir hatten erst die Konsolidierung, wo jeder gedacht hat, okay, das ist jetzt der Boden. Dann kam die Kapitulation, relativ schneller Aufkauf und dann ging es weiter nach oben. Gleiches Szenario auch hier. Ende Februar Kapitulation nach unten, schneller Abverkauf und danach ging es nach oben. Das wäre jetzt das Szenario, was ich mir gut fürs Wochenende vorstellen könnte. Problematisch ist halt, wir haben Wochenende. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Vor allem, der Move wird nicht nachhaltig sein wahrscheinlich. Wenn wir jetzt am Wochenende hochgehen, wird wahrscheinlich relativ zeitnah wieder am Montag, Dienstag, dieser Move wieder nach unten folgen. Deswegen wäre es sogar besser. Wir konsolidieren jetzt ein bisschen. Bilden vielleicht so ein kleines W-Pattern hier übers Wochenende, dass wir am Montag nochmal in den Bereich der 35k kommen, um dann nach oben hin auszubrechen. Also ich bin weiterhin, sage ich mal, bullisch gestimmt. Und nicht explizit bearish. Wichtig ist einfach, dass wir die 34.300 US-Dollar nicht unterschreiten. Das ist unser letztes Low. Brechen wir dieses, haben wir wieder ein Lower Low. Wir haben es nicht geschafft, ein Higher High zu bilden. Das heißt, wir sind wieder übergeordnet, auf jeden Fall in einem Downtrend. Letzte Hoffnung wäre dann einfach, dass wir uns weiterhin hier übergeordnet in einer riesigen Seitwärtsphase befinden. Das wäre dann, sage ich mal, unsere letzte Hoffnung noch. Ansonsten können wir wirklich dann die 30k sehen. Ich möchte es doch nicht an die Wand malen, solange wir hier nicht die 34.300 US-Dollar durchbrechen. Hier liegt der Monats-S1, das letzte Low. Also hier kommt eine Menge Confluence wieder zusammen in diesen Bereichen. Solange möchte ich nicht von 30k reden. Auf den 1-Stunden-Chart waren wir absolut überverkauft. Heißt aber nichts, wir können trotzdem immer noch weiter runtergehen. Deswegen sage ich immer dazu, bitte nicht in solche Kerzen einfach Long-Positionen einkaufen. Rechnet einfach jetzt damit, okay, 34k ist der nächste Step. Brechen die 34k. Dann könnten wir möglicherweise nochmal von 30k sprechen. Vorher Step-by-Step 34k müssen halten. Dann hoffentlich, sage ich mal, dass wir einen Bounce kriegen und dann in der neuen Woche wirklich Bullish. Problematisch war einfach die letzten Tage. Jeder hat dieses Falling-Vatch gesehen. Jeder hat im Endeffekt mit dieser Entscheidung von der FED gerechnet, dass die Zinsen so bleiben. Eine Überraschung wäre es gewesen, okay, Zinsen wären weniger erhöht. Gut, dann wäre es extrem Bullish gewesen. Wenn es noch ein bisschen mehr erhöht wäre, wäre es extrem Bearish gewesen. Aber gut, was noch interessant ist, On-Chain-mäßig, Open Interest ist genau in diesem Pump, wo wir diese krasse Volumen-Kerze gesehen haben, wo dann aber auch wieder gestoppt wurde, genau über unserem Falling-Vatch. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich zeichne hier lieber mit den Dochten ein, einfach um ein bisschen Nummer sicher zu gehen. Wie da oben so die Reaktion ist, Open Interest wurde komplett abgebaut und ist schon innerhalb dieser kleinen Kerze dann, also wir waren auch nicht mal mit dieser 4-Stunden-Candle fertig, wurde das Open Interest schon wieder abgearbeitet, das heißt Retail ist einfach wieder aus dem Markt geschüttelt worden. Jetzt geht es daran, ich vermute, dass wir einfach nochmal einen Wig nach oben bekommen, vielleicht hier in dem Bereich von 38k, Retest unserer ehemaligen Abtrend-Linie, um nochmal ein bisschen Hoffnung zu schüren, bevor es dann wirklich Sonntag oder Montag wirklich nochmal in den Bereich der 35 geht und wir dann ein schönes W-Pattern bilden. Ansonsten hätten wir dann schön Triple Bottom gebildet. Das sind die Szenarien, die ich einfach momentan im Blick habe, die ich mir am wahrscheinlichsten vorstellen kann. Andererseits, das Falling Wedge war kein Bomben-Breakout, also wenn wir das so sehen, klar wir hatten voluminöses Volumen, voluminöses Volumen, klingt komisch, aber ist so, aber dann hier diese 4, 5, 4-Stunden-Candles, die wir da drüber hatten, wo einfach im Endeffekt als Retest war, ist nicht gut. Also keiner von den großen Fischen gibt euch 4 bis 5, 4-Stunden-Candles, um in den Markt reinzukommen. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, vor allem wenn ein kleines Vol da drunter ist, beziehungsweise ein größeres, da war es dann relativ klar, okay, wir gehen dann doch nochmal in den Bereich der 38, 4. Wurde dann gebrochen, dann hat die Abwärtsspirale, sag ich mal, ihren Lauf genommen, nachdem hier unten überall immer wieder Long-Positionen eröffnet wurden, deswegen ging es jetzt auch so tief. Aber gut, Wochenende würde ich mich jetzt erstmal vom Markt fernhalten, nicht jetzt in die nächste grüne Candle reinspringen, müssen wir abwarten auf die neue Woche und dann schauen wir auf jeden Fall weiter. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum, gleiches Spiel, wobei wir hier sogar noch ein bisschen mehr Unterstützung haben. Also ihr seht es auch hier, Falling Wedge, Fake Out, Dampf wieder in das Falling Wedge rein, also hier sind wir auf jeden Fall noch drin. Plus, was mir hier sogar ein bisschen besser gefällt, wir haben auf jeden Fall ein Lower Low zwar im Chart, haben aber, wenn wir jetzt unten in den RSI gehen, sogar ein Higher Low gebildet. Das heißt, wir haben erstmal hier eine Bullish Divergence, wir sind wieder im Golden Pocket, das seht ihr hier ganz gut, wir hatten hier immer wieder Widerstand, sind nicht drüber gekommen. Jetzt sind wir im Golden Pocket, erstmal als Support plus eine 4-Stunden-Bullish Divergence. Ist erstmal zumindest ein kurzfristiges Zeichen, dass wir diese Ineffizienz bis ungefähr 2914 US-Dollar, würde bei Bitcoin wahrscheinlich auch so um die, ich sage jetzt mal 38, 38,5 bedeuten, würde auch hier die Ineffizienz rausgenommen. Heißt, unser Void wäre gefüllt und dann müssen wir einfach neu planen. Wir sind weiterhin in einem Downtrend, ganz klar ersichtlich, Lower Highs, Lower Highs, Lower Highs, Lower Lows, Lower Lows, Lower Lows und so weiter und so fort. Also es hat sich im Endeffekt an dieser ganzen Struktur nichts geändert, wir sind weiterhin in einem klaren Downtrend. Jetzt müssen wir einfach abwarten, wie sich die Situation übers Wochenende gestaltet. Kriegen wir, sage ich mal, Bullish einen Input, halten unsere Supportzonen, halten vor allem bei Bitcoin die 34k, sollten wir da runterkommen. Das sind die Level, auf die ich momentan auf jeden Fall schiele. Gut, schauen wir uns noch ein paar Altcoins an. Ist zwar jetzt ganz ehrlich nicht so interessant, aber gut, einfach um es mal gesehen zu haben. Keine Bullish Divergence bei XRP zumindest, sieht man zumindest nicht. Auch hier hat sich der Kurs eigentlich relativ gut gehalten, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also wir haben diesen WIC hier unten noch nicht gefüllt, also auch hier besteht die Chance, dass wir nochmal in den Bereich der 0,56$ auf jeden Fall kommen. Ist eine Möglichkeit übers Wochenende, würde ich nicht ausschließen. Keine Bullish Divergence, gar nichts momentan im Chart ersichtlich. Das heißt für mich, das ist erstmal ein wichtiges Key Level. Ihr seht hier diese Supportzone hier unten, wir können es auch mal ein bisschen deutlicher einzeichnen. Dieser Bereich könnte auf jeden Fall nochmal angetestet werden bis 0,55$. Das wäre aber dann auch so wirklich das Worst-Case-Szenario, wo man dann unbedingt halten muss. Also ihr seht hier drüben war auch nochmal ein kleines Void, das heißt es passt sogar mit 0,53$. Das ist die Szenarien, die ich jetzt einfach im Kopf habe, um mir auch dann eine mögliche Long-Position bei den Altcoins aufzubauen. Ist zwar jetzt noch ein Risk von 11%, kann man aber dann vielleicht nach und nach eine Position vielleicht sogar am Wochenende eröffnen. Aber wirklich mit Bedacht in dem Markt, schauen wir uns Cardano an. Hier muss ich sagen, wir haben es gestern im Livestream angesprochen, bin ich sogar ein bisschen überrascht. Klar, wir hatten unseren Pump, sofort wieder die Korrektur, war absehbar. Hier ist das Falling Wedge aber noch im Gange. Klar, wir hatten unser Fake-Out, wieder Fake-Out und dann kam der Pump. Jetzt aber gar nicht mehr die Möglichkeit gegebenen Retests zu geben. Gutes Zeichen und Cardano haben wir schon des Öfteren gesehen, dass Cardano doch einmal den Ton angibt, vor allem bei Altcoins. Drüben unser Item-and-Eve-Pattern war allererstes, glaube ich sogar, bei den Altcoins. Ist dann auch als allererstes ausgebrochen, dann hat der Altcoin-Markt mitgezogen, beziehungsweise auch Bitcoin dann ein bisschen. Heißt für mich, okay, Cardano behalte ich jetzt erst einmal im Blick. Vor allem hier an diesen Leveln, also ihr seht hier unten, die Unterstützung ist schon relativ krass. In diesem Bereich, sieht man ganz gut, wurde immer wieder aufgekauft hier in dieser Zone. Hier drüben, Support, Support, Support. Auch hier, klar, kurze Fake-Outs sind hier möglich, so wie da drüben, so wie da. Aber es ist eine wichtige Support-Zone, dieses Level bei ungefähr 0,75, gehen wir ein bisschen strenger das an, bis 0,77. Das sind so die Zonen, wo ich jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall im Auge behalte. Ansonsten durchwachsen am Markt, minimale Pluszeichen nach den Korrekturen von gestern, ist es einfach üblich. Litecoin unter 100 US-Dollar. Aber gut, werden wir uns in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen genauer angucken, wenn sich das alles ein bisschen gelegt hat. Nicht überstürzt, jetzt auf jeden Fall in den Markt gehen, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wartet das Wochenende ab. Und genau, schauen wir uns ganz kurz die News an. Craig, Craig, Wright, Verklag, Coinbase und Kraken. Der Typ, der meint, er ist Satoshi Nakamoto. Lest euch den Artikel einfach durch, ich werde ihn euch später nochmal in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns morgen früh wieder zum nächsten Update-Video. Wünsche euch einen entspannten Tag, lasst ein Video, ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar nach, um den Algo zu pushen, wenn ihr irgendwelche Alt-Könnenbücher habt, schreibt es unten rein. Wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.